Hallo, es ist Dienstag, der 8. Oktober. Wir haben 17.29 Uhr. Xetra läuft zwar noch, aber in diesem kleinen Clip geht es um den Dow Jones. Hallo und willkommen, mein Name ist Christian Schlegel und gucken wir uns den Freund mal an. Bei der letzten Ausgabe für den Dow Jones habe ich geschrieben, der Dow macht spannend. Wird es ein Doppeltop oder geht er durch? Ja, bisher ist es für mich ein Doppeltop mit der oberen Begrenzung 27.400. Da sind wir hier. Erst wenn wir da durchgehen, mit Schlusskurs, kann man sagen, der ist wieder frei. Bisher, wenn Sie mal ein bisschen zurückgehen, kann man oder vielmehr muss man eins befürchten, dass das so eine M-Formation wird. Das muss man wirklich befürchten. Das tritt in dem Moment ein, in dem wir unter die 25.500 gehen und schließen. Diese kleinen Schnippel hier, die sind für mich nicht so bedeutend. Ich finde es viel gravierender, dass wir sich öffnende Bände haben, dass wir außerhalb des Bandes waren, an zwei Tagen hintereinander. Schön, das Einzige, was wirklich schön ist oder war, ist, dass die 200-Tage-Linie gehalten hat und dass wir hier einen Hammer haben. Das heißt, der Markt hat immer noch die Chance, diesen Hammer zu verwandeln. Soll heißen, erst wenn wir hier drunter gehen, ich mache Ihnen mal das Fadenkreuz rein, hier drunter, na komm her, hier drunter gehen, an diesem Tag. Das ist die 25.744. Dann ist der Hammer kein Hammer mehr. Das wäre dann, ja, zumindest nicht mehr positiv. Im Moment, rein vom Chartbild her, ist es leicht positiv, eben weil dieser Hammer da ist. Aber wir haben ja noch nicht mal die 20-Tage-Linie geschafft. Diese 20-Tage-Linie, die momentan liegt bei 26.820, ist auch eine Verbindung mit dieser kleinen vertikalen Linie, die ich gezogen habe. Das trifft sich also beides um die 26.820. Das ist das kurzfristige Potenzial bezogen auf drei, vier Handelstage. Das hat er. Aber wenn er hier unter die 25.500 geht, dann ist Schicht im Schacht und Sie müssen erstmal hier rechnen, dass wir dann so in den Bereich hier gehen, 24.650. Das ist also, leicht ist anders. MACD, völlig verwirrend, ja. Lange, lange Balken, kurze, kurze, dann wieder ein langer, passt nichts, da passt gar nicht zusammen. Warum? Die Stochastik dreht auf niedrigem Niveau schon wieder in die Horizontale. Also man kann hier momentan nichts mit anfangen. Ich rate zur Vorsicht, vor allen Dingen, wenn man dann so Tweets lesen kann, was der Presi da momentan so rumschickt. Was hat er geschrieben? Allwissend? Wahnsinn. Ehrlich. Egal wie, ich habe Ihnen einen Call mitgebracht und den Call, den muss ich hier drunter legen, unter diese Linie von 25.500. Und das ist dieser hier, das ist ein 25.464er. Der hat die Kennnummer Gustav Bertha 0, was sagt man denn für V? V-S-V. Gustav Bertha 0, V-S-V. Der ist von Goldman Sachs, hat im Moment einen Hebel von 34. Der kommt für mich dann ins Spiel, wenn wir entweder hier drüber gehen oder es sich nochmal abzeichnet, dass wir hier einen Boden finden. Kann man momentan, also ich kann es nicht festmachen, muss ich ehrlich sagen. Bei den Puts bin ich der Meinung, man muss den schon hier hinterlegen. Über die 27.000, eigentlich sogar über die 27.400. Und da sind wir hier, 27.469. Das ist auch ein Open-End-Schein, reduziert also jeden Tag seine Basis. Und der hat die Kennnummer GA6-U70. GA6-U70. Der liegt also dann nochmal hier hinter. Der kommt für mich dann in Frage, wenn wir die 25.500 rausnehmen. Wobei ich mir dann, wenn er das wirklich macht, das sind ja dann fast 2.000 Punkte. Ganz ehrlich, da würde ich mir eher einen nehmen hier. Aber so weit ist es noch nicht. Deswegen in diesem Film muss ich den hier oben nennen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.